Das werde ich dann schon noch sehen. Oh mein Gott! Hey ihr Höhlenmenschen da draußen und herzlich willkommen zu der wahrscheinlich letzten Folge Titan 2 denn heute ist Finale, also wir schätzen mal, dass es heute das Finale sein wird. Es gibt eine Massenschlacht, wie ihr seht sind derzeit schon sieben Spieler auf dem Server, es werden noch ein paar Teams erwartet. Da jetzt leider keine Person mehr lebt, die alleine ist, bin ich dazu fast gezwungen auch auf den Server zu gehen. Ich bin ein bisschen aufgeregt, aber ich werde jetzt erstmal drauf gehen und nicht hier die ganze Zeit labern. So, erstmal, oh ne das wollte ich gar nicht sagen, ich wollte die Breite ändern, das wollte ich machen, genau so. Und ja, also was ich aber jetzt auf jeden Fall noch tun werde ist, mein ganzes Titan, was ich jetzt hier noch habe, werde ich jetzt erstmal verschwenden, unter Anführungszeichen verschwenden natürlich, denn ich möchte noch hier so ein bisschen, äh, warte mal, ich baue das mal eben noch hier hin. So, also das packen wir hier hin, den Zaubertisch haben wir auch. Wir haben nämlich hier, äh, letztes Mal noch Schärfe 1 drauf bekommen, ähm, was ich ja auch schon relativ gut finde, ne, also so ist es nicht, aber ich möchte dann doch noch vielleicht, äh, hier, ähm, Schärfe 2 oder sowas. Keine Ahnung, ob sich das überhaupt irgendwas bringt, ob ich deswegen eine größere Chance habe, vielleicht jemanden zu töten, jemanden ein bisschen abzustauben vielleicht. Wer weiß, also, keine Ahnung, ich weiß es nicht, ob ich das packe oder nicht. Ähm, was halt jetzt mein Problem ist, ne, ähm, ist ganz klar und deutlich, äh, ich habe kein, äh, Wassereimer und ich brauche Obsidian. Und das Problem ist, ich habe keine Ahnung, wo hier in der Nähe irgendwo Wasser ist, ich habe, ich weiß es nicht, deswegen, ich werde jetzt einfach mal schauen, ähm, was da so los ist. Äh, die Buddys haben gesagt, die werden kein 1 plus 1 machen, ähm, sie werden auf jeden Fall, äh, ein 2 plus 1 machen, weil sie ja nicht, äh, dran schuld sind quasi, dass, äh, ich alleine bin, was ich auch verstehen kann. Deswegen werde ich mich von den Buddys so ein bisschen fernhalten, was das betrifft, ähm, weil ich möchte ja nicht instant sterben, ist ja auch vollkommen klar. Äh, ich bin aufgeregt, ich bin echt aufgeregt, äh, so, was brauche ich jetzt, was brauche ich jetzt genau so, zack, 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 ich mache jetzt mal zwei Eimer hier, äh, Wasser bräuchte ich halt und ich darf jetzt nicht vergessen, wo ich hingehe, ne, weil, ne, ich nehme die Sachen lieber mit, Leute, ich kenne mich, ich kenne mich und ich weiß ganz genau, jetzt gehe ich weg und dann weiß ich später nicht mehr, wo ich war und wow, dann hat sich's eh erledigt, so. Ähm, wir könnten nämlich daraus jetzt fünf Titan Crystals, das wären insgesamt auch wieder, äh, fünf Schwerter, die wir uns also machen können und da oben ist Wasser, nice, nice, nice. Das ist, oh, da ist ein Haufen Obsidian, ja, dann bauen wir uns hier mal ein bisschen was ab und zwar insgesamt brauchen wir fünf Stück, ähm, damit machen wir uns auch ein paar Titan Crystals, ein Diagoldapfel, also, äh, ein Diagoldapfel, könnte ich mir nachher natürlich auch noch machen, so, da, da, eins haben wir schon mal, fresh, ein Diagoldapfel könnte ich mir dann auch noch machen, wenn ich denn dazu in der Lage bin und, ja, ich bin schon wirklich aufgeregt, muss ich echt sagen, bin echt aufgeregt und, äh, wenn ich dann oben bin, werde ich versuchen, noch ein, äh, Dings zu farmen, einen Apfel, einen ganz normalen und dann schauen wir mal, wie's hier aussieht, so, nice, drei und einen brauche ich noch, dann, äh, enchanten wir noch ein bisschen unser Schwert hoch, ich weiß, wir haben jetzt nicht ultra viele Levels und so weiter, aber, ja, wir versuchen natürlich, so viel zu machen, wie's geht und, ich mein, wenn's jetzt nicht klappt, meine Güte, ich hab's versucht, Leute, ich hab's versucht, wirklich, ich hab mein Bestes gegeben und ich glaub nicht, dass ich, äh, würdelos aus diesem Projekt, äh, ausscheide, hier gibt's schon wieder Beef, lauft doch nicht weg, lauft doch nie weg, auf jeden Fall, ähm, ja, wie gesagt, ich möchte nicht würdelos ausscheiden und deswegen mach ich jetzt hier mit, ähm, ich hoffe, euch stört es jetzt nicht oder so, dass ich eventuell sterben werde, ähm, aber, ja, so, ich werd das jetzt noch ein bisschen fertig machen hier und dann werd ich hochgehen, ich hoffe natürlich nicht, dass ich jetzt dann keinen mehr sehe und dadurch, äh, nicht mehr auf den Server komme, so, das sind jetzt schon mal drei Schwerter hier, so, dala, das sind vier, und dann können wir uns insgesamt fünf Schwerter machen, jetzt brauchen wir aber noch so ein bisschen Eisen für die Griffe, so, nice, das ist fertig, äh, hupsale, das wollte ich jetzt gar nicht, oh, Eisen, Eisen, komm her, Eisen, so, packen wir hier noch ein bisschen Eisen mit rein und dann würde ich sagen, läuft das, läuft das, so, wo haben wir denn hier, hier, den stellen wir auch noch auf, so, also, erst mal eins, zwei, ach so, ich muss erst die Griffe machen, sorry, so, zack, noch ein Titanschwert, ich denke, dass es ziemlich flott jetzt gehen wird mit Schärfe, was hab ich nochmal gesagt, es geht flott mit Schärfe, so, aber ich guck jetzt gleich mal, äh, ob wir noch irgendwo Leder haben, weil dann könnte ich eventuell noch schnell ein, ein, äh, tolles, äh, Dings machen hier im Moment, so, genau, hier hab ich noch ein bisschen Leder, das heißt, fünf Bücher kann ich mir auch noch machen, das heißt, ein bisschen, äh, weiterkommen werde ich auf jeden Fall, so, kacke, so, so macht man Papier, eins, zwei, drei, so, okay, drei Bücher kann ich mir machen, nein, oh Gott, Dr. Banks ist tot, so, ähm, was würde ich, schusssicher, kacke, bekommst du so viel Crab, das ist echt nicht mehr normal, was würde ich bekommen, Schärfe, naja, gut, ich muss das jetzt einfach halt entscheiden, die Kacke, Schärfe, Schärfe, okay, nice, jetzt haben wir schon mal zwei Schärfe-Dinger, äh, ich pack hier in der Zwischenzeit das noch rein, und noch ein bisschen Kohle, damit hier schön gebraten werden kann, ähm, also Schärfe und Schärfe habe ich, so, dann mache ich mir hier gleich nochmal zwei Schwerter, in der Hoffnung, dass sich das, äh, überhaupt lohnt, so, zack, und da mache ich mir noch ein Schwert hier, zack, vielleicht ist es jetzt auch nur dumm, was ich mache, aber das, äh, werde ich dann schon noch sehen, ver- Oh mein Gott! Wir haben sogar Verbrennung auf dem Schwert! Alter, okay, das, nee, nee, ich nehme gerade auf, stell es da vor oder so, aber ich nehme gerade auf, so, ähm, alter Schwede, alter Schwede, das ist ja mal richtig OP, so, jetzt muss ich mir hier ganz kurz nachschauen, alter, ich habe einfach Verbrennung auf dem Schwert, hätte ich das mal gehabt, wenn, wo ich hier noch keinen Titan gespielt habe, so, ähm, zwei Schwerter könnte ich mir noch machen, aber das erste, was ich mir jetzt, glaube ich, erst mal mache, ist ein Amboss, jetzt muss ich mal ganz schnell schauen, sorry, Leute, dass das gerade alles so unkoordiniert ist, ich bin aufgeregt, ich muss, äh, erst mal schauen, wo ich hier das ganze Eisen habe, oder ob ich überhaupt noch irgendwo, hier habe ich noch Eisenerz, so, nice, und hier habe ich auch noch Eisenerz, okay, oh, oh, das sind auch wieder Leute gestorben, Cube wurde von Fabo erschlagen, oh, oh, mein Gott, was, Benny wurde von Cube erschlagen, okay, krass, oh, oh, Leute, was ist da los, was ist da los, ähm, so, noch ein bisschen Eisen hier reinballern, und dann mache ich mir in der Zeit mal ganz schnell eins, zwei, drei, weil ich glaube tatsächlich, dass hier mein, nein, einen Eisenofen brauchen wir nicht, dass mein Dings weg ist, ähm, mein Amboss, ich glaube, den hatte da ein Killer im Inventar, ich bin mir jetzt, ehrlich gesagt, aber auch nicht ganz sicher, ich möchte, äh, da jetzt irgendwie nichts sagen, weil ich mir nicht sicher bin, so, aber jetzt habe ich auf jeden Fall wieder einen Amboss, ich crafte jetzt mal ein paar Sachen zusammen, vielleicht mal, erst mal dieses, das hier, äh, andersrum, oh, kostet schon sieben Level, alleine das zusammen zu craften, aber, keine Ahnung, vielleicht ist das erstmal günstiger, dann Schärfe, wo habe ich das andere Schwert, ne, das geht natürlich nicht, das ist ja mal logisch, so, warte mal, dann mache ich nochmal zwei Schwerter hier, so, zack, ach, kack, jetzt brauche ich hier wieder diese Dinger, ey, Leute, ich bin so nervös, ihr glaubt das gar nicht, ich weiß, es geht eigentlich jetzt gerade um nichts, es geht halt einfach nur ums Ausscheiden, Ausscheiden und ich würde halt ungern ausscheiden, aber, ach, kacke, hier bekomme ich wieder nur Müll drauf, Leute, Leute, so, zack, und die zwei Sachen hier, Rückschuss und Haltbarkeit, da muss ich eben was anderes enchanten, eben mal die Kacke hier, Haltbarkeit, so, braucht kein Schwein, okay, Schärfe, ich freue mich das 6 Level, damit ich hier Schärfe bekommen würde, kacke, ey, das ist halt so dumm, wenn, wenn das so läuft hier, so, ich sammle mal hier gerade ein paar Level, vielleicht schaffe ich ja jetzt noch Level 6 eben in der Zeit, ähm, okay, jetzt bin ich Level 6, nice, ähm, zack, zack, Schärfe, okay, nice, drei Level wurden abgezogen, ja, keine Ahnung, ist jetzt glaube ich nicht so schlimm, äh, zack, zack, Schärfe 2, nice, ich könnte also theoretisch jetzt ein Schärfe 4 Schwert machen dafür, ne, Schärfe 3 Schwert, dafür bräuchte ich jetzt noch schnell 5 Level, das mach ich jetzt noch schnell, und, äh, was bräuchte ich hierzu, Bunch, Schärfe 2, okay, nice, das ist sehr gut, wie viel kostet es, äh, ich brauch 6 Level, okay, Leute, das mach ich noch ganz schnell, äh, so, weil ich glaube, das ist eventuell doch, äh, dann noch eine schlaue Methode, das jetzt zu machen, ich weiß, es, äh, vermindert vielleicht jetzt die Chance, dass wir heute noch kämpfen, aber, dafür hab ich dann wirklich noch ein extrem gutes Schwert, wo ich vielleicht eventuell noch eine Chance hab, ich weiß nämlich, dass die Erste dann entfernt werden, und dann hätte ich gar keine Chance mehr, und ich werde in 5 Minuten schon gekickt, äh, wir werden uns jetzt gleich auf den Weg machen zum Spawn, äh, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich muss mich beeilen, ich muss mich beeilen, ich muss mich beeilen, so, zack, 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 ach, lass mich jetzt durch, äh, Redstone, Redstone ist auch immer gut für Levels, boah, dieses Kackwasser fuckt mich grad ein bisschen ab, so, paar Levels aufsammeln hier, 4, ey, gerade, ne, gerade läuft's nicht so, also, ich mein, ich hab jetzt vieles, ich müsste nicht mal sterben, aber, ich möchte nicht sterben, sondern ich möchte fighten einfach jetzt in dieser Folge, ich weiß, es leben jetzt grad nur OP-Teams, ähm, aber vielleicht könnte ich's ja gegen Killer-PVP, beziehungsweise gegen Any Art, äh, machen, aber, so wie's aussieht, ist das keine so gute Idee mehr, so, zack, nice, dann werden wir jetzt ganz, 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 ganz flott nochmal zurücklaufen hier, so, die werden nämlich jetzt dann gleich gekickt, ich mach noch ganz schnell das Schwert, so, und zwar das hier mach ich jetzt auf, Schärfe 2, perfekt, und das hat, äh, Schärfe 2, das heißt, ich könnte das jetzt im Amboss hier schön zusammencraften, jetzt hätte ich nochmal ein Schärfe 3 Schwert, und das jetzt auf Schärfe 4 zu machen, kostet, glaube ich, 10 Level, soweit ich weiß, warte, warte, Schärfe, warte mal, Schärfe 3, achso, nee, ich hatte gar kein anderes Schärfe 3 Schwert, stimmt, so, dann gehen wir jetzt rauf, Leute, scheiß auf das, was, ähm, Alter, kannst du mich aufhören zu provozieren, so, wir gehen jetzt hoch, es ist jetzt, äh, vielleicht aus, aber, Leute, mir ist das jetzt scheißegal, ich geh jetzt hoch, ich nehm die Sache natürlich mit, und, äh, so, das kommt hier hoch, das kann weg, und, dann geht's jetzt hoch, ja gut, super, jetzt ist nur noch Farbe und Haupt nach oben, und ich wollte jetzt eigentlich kämpfen, bin jetzt gerade fertig geworden, äh, das ist natürlich, sehr fresh, so, schnell hier zubauen, ja, toll, ich bin der Einzige, der jetzt noch auf dem Server ist, obwohl ich jetzt noch kämpfen wollte, ich hab ja gesagt, ich möchte mich noch ganz kurz, bevor es los geht, vorbereiten, aber ich hatte halt keine Folgenpufferzeit mehr, das ist natürlich jetzt mega scheiße, ja, jetzt bin ich ja alleine auf dem Server, und ich wollte kämpfen, super, hat ja, super geklappt, wie man sieht, jetzt hole ich mir hier noch die Levels, wenn es jetzt schon so ist, dass ich, äh, dass ich das jetzt wahrscheinlich eh nicht mehr packe, äh, zu kämpfen, wenn du jetzt nicht gleich, äh, Meinsthaft oder so joint, dann, keine Ahnung, das ist gerade ein bisschen kacke, so, bauen wir uns jetzt mal wieder hoch hier, also wir haben jetzt auf jeden Fall, schon mal ein Schärfe 3 Schwert, und nochmal ein Schärfe 2 Schwert, und wenn wir jetzt das natürlich noch schaffen würden, mit den Büchern, dass wir die Bücher so weit bekommen, dass, äh, wir dann eventuell nachher vielleicht ein Schärfe 4 Schwert machen könnten, wäre das natürlich ziemlich cool, aber, äh, in den Nähter und so weiter kommen wir nachher nicht mehr, das heißt, es wird ein bisschen schwer werden, und ich glaube auch nicht, dass wir das noch packen werden, aber, ähm, ich werde wahrscheinlich jetzt dann gleich gekickt, da freue ich mich schon ultramäßig drauf, obwohl ich kämpfen wollte, Leute, hat es nicht ordentlich funktioniert, es ist gerade echt nervig, äh, so, ich gehe jetzt nochmal hoch, geil, ich bin da, und jetzt gehe ich mal zur Mitte, äh, Alter, ich, wisst ihr, wie weit ich weg bin von der Mitte? Mal richtig weit, weil die Mitte ist 0-0, so, warte mal, hier, Minus, und, wo muss ich hingehen? Hier, 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 hier lang muss ich, da lang muss ich, da geht es zur Mitte, so, okay, ich werde in einer Minute gekickt, Leute, das ist natürlich das, was ich wollte, das ist das, was ich wollte, keine Ahnung, es soll mich einfach morgen Team killen, ich, äh, schreibe denen meine Cordis und so weiter, und dann, äh, können die das gerne machen, wenn sie wollen, so, aber ich laufe jetzt ganz schnell zur Mitte, oder ich muss denen, glaube ich, gar nicht meine Koordinaten überhaupt sagen, weil ich glaube, dass jedes Team weiß, wo es zum Spawn geht, und, äh, ja, so, ich werde 30 Sekunden gekickt, lauf, lauf Thomas, du musst noch so weit kommen, wie es geht, du musst noch so weit, gucken, wie es geht, so, eine Minute noch, so, ich esse nochmal ganz schnell was, und dann geht's noch schnell weiter, ja, fand es noch ein Pick, das hole ich mir noch schnell in den 15 Sekunden, und, ja, wir haben zwar jetzt mega das gute Schwert und so weiter, aber, trotzdem nervt es mich halt ultra, dass, ja, dass wir das jetzt nicht mehr geschafft haben, zum Spawn, äh, ich werde versuchen, das in der nächsten Folge zu machen, äh, und, ja, macht's gut, und, ciao, tschu, 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 tschu,